Herzlich willkommen auf dem digitalen Weihnachtsmarkt von Weltbild. Ich bin Sarah Zucker und freue mich sehr mit dabei zu sein. Ich finde ja, jede Jahreszeit hat so ihre Besonderheiten, aber gerade der Winter oder auch die Vorweihnachtszeit hat für mich etwas sehr, sehr Magisches, also wahrscheinlich für ganz viele andere Menschen auch. Ja, man verbringt einfach wieder viel mehr Zeit zu Hause mit der Familie und ich liebe es einfach, es mir zu Hause gemütlich zu machen, mit Kerzen, mit Tee, mit Plätzchen natürlich und ich bin so eine, die immer schon relativ früh anfängt mit dem weihnachtlichen, mit dem weihnachtlichen Dekorieren und Basteln, damit ich eben möglichst lange was davon habe. Ja, natürlich ist dieses Jahr alles ein bisschen anders und gut, wir haben eh schon viel Zeit zu Hause verbracht, aber ich finde nichtsdestotrotz ist es eine gute Zeit, um jetzt noch mal das Jahr ganz in Ruhe irgendwie ausklingen zu lassen und noch mal, ja, auch Rilbüe passieren zu lassen und alles einfach noch mal wirken zu lassen. Und ja, quasi neue Kraft und Hoffnung für das nächste Jahr zu schöpfen. Und das ist auch das, was ich euch ja von ganzem Herzen wünsche. Genau, also ich wünsche euch eine besinnliche Zeit mit euren Liebsten und wie gesagt ganz viel Zuversicht für das nächste Jahr 2021. Ja, und ich erinnere mich total gern zurück an meine allererste TV-Show. Das war natürlich eines der Highlights des Jahres für mich. Ich durfte dort meine allererste Single-Zeitung zu gehen präsentieren und im Anschluss sogar noch einen Song mit meinem Bruder singen. Und genau, ja, an diesem Moment wollte ich euch gerne noch mal teilhaben lassen. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit und eine wunderbare Adventszeit. Bis dann! Jungs! 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 Ja, ich bin Harriet. Sowjets in der Br Salvplanung! udaimo! Jungs! Woln!